Hallo, hallo! Willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es meine Outtakes. Eigentlich wollte ich ja jeden Monat ein Outtake-Video hochladen, aber letzten Monat gab es da irgendwie nicht so viel, also im Februar. Deshalb habe ich jetzt so den März gemacht und ich glaube auch etwas aus dem Februar noch rausgesucht. Und ja, ich war auch ein bisschen vor und habe die Kamera, deshalb noch meinen Tisch aufgebaut und ich finde diese Sonntrille einfach noch geil. Deshalb musste ich die euch zeigen, weil die meisten anderen finden die nicht so schön, aber ich finde die einfach nur toll. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinen misslungenen, misslungenen Dingen des letzten Monats. In einem neuen Video heute gibt es wieder aufgebrauchte Artikel von mir. Und damit das Ganze nicht... Als erstes von Cien Fle... Peeling Pads Von Maybelline den Mad Maker Mad Tuffing Powder Einmal in der Farbe 15 Light Beige Und einmal in der Farbe 35 Amber Beige Und dadurch meine schwarzen Augen nicht mehr wegmachen muss, sondern einfach nur... Ja, jetzt rein. Ja, jetzt rein. Ja, ich brauche mich. Meinlich. Das ist eine kleine Lippe. 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 Aber gar nicht sicher. Musik Musik Hallo, hallo! Willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man aus so einer Dose einen Pinsel hat. Ich beklebe das Ganze mit... Ich beklebe das Ganze mit Washi-Tape. Das ist... Und ja, dann hoffe ich, ihr habt jetzt viel Spaß mit dem Video. Musik Und... Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Musik Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Musik Wäre es super, wenn ihr mir auf... Dann fände ich das super, wenn ihr mir ein Foto auf Instagram schicken könntet. Und... Falls ihr das Ganze mal nachmacht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das Foto auf Instagram schicken könntet, beziehungsweise wenn ihr mich drauf verliebt, dann sehe ich das auch... Ich... Äh... Ich... Ich... Äh... Ich blende euch hier meinen Instagram-Namen ein Und... Und... Nein... Ideal... Nichts... Ich... Ja, und dann... Hoffe ich... Gideon... Willst du schon Essen machen? Mach das! Ja, und dann hoffe ich... Ähm... Nein, das ist falsch. Ich hoffe nicht! Blablabla... Hallo, hallo! Willkommen zu meinem neuen Video! Ich habe mir eine kleine Osteraktion erlebt... Hallo, hallo! Willkommen zu meinem neuen Video! Ich habe mir eine kleine Osteraktion überlegt mit den wundertollen, einfallsreichen Namen Osteraktion mit Hope! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Vielleicht konntet ihr ja lachen! Vielleicht findet ihr aber nicht die Dinge witzig, die ich so witzig finde! Aber das ist ja jedem selbst überlassen! Jeder hat ja einen anderen Humor! Und dann hoffe ich, ihr habt jetzt noch einen schönen Tag! Und wollt ihr mehr von mir sehen? Drückt den Abo-Button! Ciao, ciao!